Saiyajin meldet sich im DRB zum Dienst. Achtung Spoiler-Alarm, Insane, du fliegst. Deine Qualifikation war grottenschlecht. Kein Video und die Lines sind verzweckt. Manzi Reimo wurden sie in der Analyse genannt. Ich bin auf deine Wake-Runde schon sehr gespannt. Du Oper wurdest schon im Vorausgedisst. Mit dem lustigen Spruch über deine Technik. Was willst du bringen außer gelöschtelte Lines? Mein Ziel ist, dass du nach meiner Runde weinst. In deiner Quali war alles nur Druck und Schein. Mit dieser Runde zerfick ich dein Dasein. Scheiß auf den Videopunkt, den brauch ich zum Sieg. Du kannst vergessen, dass ich nach deiner Runde flieg. Du laberst was von Tapetten, hier hatte dein Versuch. Ich klatsche es easy zusammen wie ein Buch. Langsam weißt es mir mit meiner krassen Runde. Du kassierst einfach schnell um dich meine Punkte. Ich hab dich baffert jetzt nur bis zur Fick. Jetzt weiß jeder was für ein Wacker Rapper du bist.